Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier heute mal Mercedes-Benz Transporter 317 CDI im Fahrbetrieb. Von den Instrumenten her. Hier mit Tempomat. Verschiedene für Telefonen etc. Ausstattung. Ansonsten hier mit dem Digitalradio. Irgendwel relativ aufgeräumt. Und ist auch insgesamt so recht übersichtlich. Vom Fahrfeeling her ist er auch ganz okay. An relativ guten Antritt. Das kann man hier mal zeigen. Wie ihr sehen könnt, dreht er relativ schnell hoch und kommt auch schnell in den Knick. Und ja, mehr dazu im nächsten Teil. Über den 317 CDI Transmotor. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Yes, baby.